In diesem Jahr lebt die katholische Studentenverbindung KDSTV Hasson Lasovia wieder zum vatertäglichen Frühschoppen auf dem Römerberg ein und dazu werden sich dann studentische Verbindungen und Burschenschaften aus dem Raum Frankfurt hier im Zentrum der Stadt im öffentlichen Raum ungestört treffen und tatsächlich einfach nur das Patriarchat fett abfeiern. Sie müssen Berichterstattung machen, darum geht es beim Journalismus. Was Sie machen ist dreckige Propaganda. Wie viele Eltern schon getrunken? Genug um dir ein paar in die Fresse zu schlagen, du Stück Scheiße. Männerbünde wie studentische Verbindungen und Burschenschaften stehen für ein elitäres Weltbild, das verbunden mit einem konservativen antifeministischen Denken das Fundament liefert für rechte, menschenverachtende Politik, wie wir sie von AfD und Co. kennen und ablehnen. Also an diesem Tag der postpatriarchalen Supernova werden wir, wenn es uns gelingt, mit unseren fightenden, dancenden Körpern so lange tanzen und fighten, dass ein postpatriarchales Paralleluniversum entsteht. In dem es möglich sein wird, für einen kurzen Moment hart und feministisch zu cornern und patriarchatsfrei leben zu können. Das Trafikgesetzgesetz Es gibt nur einen klubben Antif Dadung. Vielen Dank.